Hi, ich bin Patrick, euer Eliwe Azubi und ich zeige euch heute bei A bis Zubi, wie man das perfekte Anschreiben macht. Wie ihr wisst, ist das Anschreiben der erste Eindruck und der erste Eindruck zählt. Deswegen zeige ich euch heute vier Tipps, wie ihr das perfekte Anschreiben macht. Den ersten Tipp, was ich für euch parat hätte, wäre, dass euer Anschreiben eiterstgerecht und nicht zu formell ist. Aufgrund von ihrer Ausschreibung vom 1.3. bewerbe ich mich zu dieser Stelle als. Das schläft jeder Personale ein. Ein guter Satz, der Neugier und Aufmerksamkeit erweckt, wäre zum Beispiel, Sie wollen wissen, warum ich mich für dieses Unternehmen bewerbe? Dann lesen Sie diese drei Gründe. Euer Anschreiben sollte natürlich für jedes Unternehmen individuell sein. Das heißt, informiert euch über das Unternehmen und bringt das auch mit rein. Erzählt, was ihr gerade macht. Ob Schule, Arbeit oder Ausbildung, damit der Personale einen besseren Eindruck von euch bekommt. Bringt doch auch mit rein, wieso ihr genau für diesen Beruf geeignet seid. Und belegt das mit Beispielen, wie ihr seid in einer Mannschaft, dann sagt doch, dass ihr teamfähig seid. Neben dem Inhalt spielt die äußere Form eine große Rolle. Ihr wisst, wer euer Ansprechpartner ist, dann schreibt ihn doch direkt an und vergewissert euch, dass er zu diesem Unternehmen gehört. Zur Form gehört natürlich auch die Rechtschreibung. Vergewissert euch, dass ihr keine Rechtschreibfehler in euren Anschreiben habt und lasst es zur Korrektur eurer Eltern lesen. Zu guter Letzt, Unterschrift nicht vergessen. Das Anschreiben ist ja nur ein kleiner Teil eurer Bewerbung. Wenn ihr dann eure Bewerbung komplett habt, gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten, sie an das Unternehmen zu schicken. Am besten informiert euch, wie das jeweilige Unternehmen eure Bewerbung haben möchte. Eine Möglichkeit wäre, sie ganz klassisch per Post zu schicken. Die zweite Möglichkeit wäre, die Bewerbung per E-Mail an das Unternehmen zu schicken. Packt dabei alle Unterlagen in eine PDF-Datei und hängt diese an die E-Mail. Achtung, das Anschreiben gehört auch in das PDF-Dokument. In der E-Mail schreibt ihr am besten sowas wie, sehr geehrte Damen und Herren, anbei finden Sie meine Bewerbung. Die dritte Möglichkeit wäre, die Bewerbung einfach auf der jeweiligen Unternehmenswebsite hochzuladen. Da folgt ihr einfach den Anweisungen. Falls ihr ganz mutig seid, könnt ihr dann ein zusätzliches Vorstellungsvideo von euch drehen und es dann mit euren Unterlagen hochladen. Also, macht euch gleich ran an euer Anschreiben. Mit diesen Tipps geht garantiert nichts schief. Ich drücke euch die Daumen.